Die Teams sind bereit? Also ich würde sagen, der andere macht genauso viel Lärm, auch ohne Musik. Und von der Geschwindigkeit her sind sie gleich auf, ne? Nein! Ah, jetzt, jetzt! Oh, da tut er sich schwer. Das ist der Radstand, ne? Aber gut! Nein! Nein! Ja, auf der geradeaus, das war eine andere Vorteile. Wie viele Runden haben wir jetzt eigentlich schon? Zwei! Aber das war eine zweite Runde, ne? Das fehlt mir.